. Servus, ich bin Ingerina Holt und ich bin Deutsche Meisterin. Ich bin Irma aus Nürnberg. Das Laufen hat mir eigentlich mein Arzt verordnet, aber jetzt bin ich Deutsche Meisterin. Mein Name ist Heinrich. Ich laufe seit über 40 Jahren und jetzt bin ich endlich Deutscher Meister. Hey, ich bin Martin. Ich laufe nur, wenn ich wirklich Bock habe. Aber ich bin Deutscher Meister. Egal wie schnell du läufst, auch du kannst Deutscher Meister sein. Trage einfach deinen Namen auf der Achillisläuferliste ein, füge deine Laufzeit hinzu und schau, wo du stehst. Mach dich mit ein paar Klicks zum Deutschen Meister und lade deine Meisterurkunde runter. Oder vergleiche dich auf der Achillisläuferliste mit all deinen Lauffreunden. Und sogar mit ganz Läuferdeutschland. Sei dabei, mitmachen ist ganz einfach und vollkommen kostenlos. Und bist du auch schon dabei? Ja. 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 Ja.